Nein, ich bin gerade in München, aber kann ich dir erst später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, du bist schwanger? Ja, und heute ist es? Oh mein Gott! Ja, ich gratuliert! Ähm, kann ich dir erst später anrufen? Du bist erreichbar? Ja, okay. Dann, ja, dann bin ich später. Tschüss. Maiko? Dann, ja, ich liebe dich. Ciao! Ja, ich liebe dich. Warte zu Hause! Ich horizonte V 내일. Ich werde noch entspricht. Ich frage dich. Ich nehme mich. Und ich Email eine Settingsend, Ich mache allerdings zu einem positive baitgerät. Und ich habe einen Spiegel. Los, ich piss euch an. Mach die Molle auf.